Gott segne euch mächtig, Jesu Christus ist gut, Jesus ist wunderbar. Hier sind wir wieder, um das Wort Gottes zu verkünden, um die Menschen in den wahren Weg zu führen. Denn eins ist sicher, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, wenn nicht durch Jesus Christus. Ich segne euch, alle, die diesen Botschaft zuhören werden. Gott segne euch, ich bin hier über Reklamationen zu sprechen. Eine Botschaft, was mir der Heilige Geist im Herzen getan hat, mit dem Volk Gottes zu teilen, um die Kinder Gottes die Augen zu öffnen. Denn wir haben das Botschaft des Kreuzes empfangen und wir stellen den Menschen das Kreuz vor. Denn es gibt keinen anderen Weg, um gerettet zu werden, außer durch das Kreuz. Amen. Und der Herr hat uns diesen Befreiungsdienst gegeben. Befreiungsdienst ist ja nicht nur für die Befreiung zu beten, weil nicht nur das Gebet befreit. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Amen. Es ist auch das Botschaft, was frei macht. Amen. Es ist das Botschaft, was uns selbst für die wahre Befreiung vorbereitet. Das Botschaft bereitet schon unseren Herzen vor, so wenn das Gebet hinterher folgt, dass die Befreiung ganz einfach geschieht. Amen. Ich wollte über Reklamationen sprechen, über verschuldet zu sein bei den Feinden. Also Thema ist, beim Satan verschuldet zu sein, ohne es zu wissen. Amen. Beim Satan verschuldet zu sein, ohne es zu wissen. Es gibt viele Menschen, die sind beim Satan verschuldet und sie wissen nicht, wie haben die sich beim Satan verschuldet. Oder eine gute Frage, wie erkennt man, ob man bei Satan verschuldet ist? Ich wollte dazu eine Bibelstelle lesen und dann versuche ich Punkt für Punkt zu erklären. Amen. Ich bin im 2. König, Kapitel 4, Abvers 1. 2. König, Kapitel 4, Abvers 1. Die Bibel sagt, Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Amen. Hier sagt die Bibel, der Gläubiger, bei den anderen Bibelstern sagt die Bibel, der Schuldherr ist gekommen und will sich die zwei Söhne von dieser Frau nehmen. Amen. Ich gehe gleich weiter, ich bleibe mal kurz hier stehen, um ganz kurz zu erklären. Die Bibel stellt uns hier eine Frau, eine Witwe vor, eine Witwe, die mit einem Propheten verheiratet gewesen ist. Amen. Weil ein Prophetenjünger ist ein Prophet. Das sind Schüler, die in Prophetenschule vorbereitet werden, die in Prophetenschule studieren. Die werden dafür vorbereitet, um irgendwann in diesen Dienst einzutreten. Amen. Und die Bibel sagt, stellt uns diesen Prophet vor, nicht nur, dass er ein Prophetenschüler gewesen ist. Die Bibel sagt, er war auch noch gottesfürchtig. Amen. Er fürchtete Gott. Amen. Also wir sehen hier zwei sehr wichtige Punkte und zwar erstmal einen Prophetenschüler, also ein Prophet, jemand, der für den Dienst des Propheten vorbereitet wird. Und zweitens einen Gottesfürchtiger. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, er ist gestorben und nachdem er gestorben ist, kommt der Schuldherr und will sich die zwei Kinder wegnehmen. Wir verstehen hier eins. Im Leben von diesem Prophet waren geistliche Schulden gewesen, die nicht geglichen wurden. Schulden mit dem Feind. Schulden, was er vielleicht nicht mal gemacht hatte. Amen. Schulden, wovon er vielleicht sogar nichts mit zu tun hatte. Aber wir müssen ja wissen, Familien haben Vorfahren. Amen. Wir haben Vorfahren. Jeder von uns hat Vorfahren. Menschen, die vor dir gelebt haben. Den Namen, den du trägst. Es gibt Menschen, die es vor dir getragen haben. Amen. Das Blut, was in dir fließt. Es gibt Menschen, die dieses Blut schon vor dir getragen haben. Und wenn Menschen, die vor dir gelebt hatten, Schulden, sich bei dem Feind verschuldet haben, der Feind folgt natürlich das Blut. Amen. Der Feind folgt natürlich dieses Blut, was bei ihnen verschuldet gewesen ist. Ich gebe ein sehr gutes Beispiel. Wenn hier in Deutschland ein Vater verschuldet gewesen ist und er seine Schulden nicht zu Ende bezahlen konnte, sobald er stirbt, wenn die Frau auch nicht mehr lebt, werden es ja die Kinder diesen Schulden weiterhin übernehmen. Oder sind die Kinder verantwortlich, diesen Schulden weiter zu bezahlen. Amen. Und wenn es sogar in der fleischlichen Leben so ist, im reellen Leben, wie stark ist es dann im geistlichen Leben, vor allem bei den Feind? Amen. Wir verstehen hier eins. Dieser Mann, da waren Schulden, da waren Reklamationen in diesem Prophet, in seinem Leben. Da waren Reklamationen. Was ihn vielleicht am Leben gehalten hat oder was ihn beschützt hatte, war, weil er gottesfürchtig gewesen ist. Amen. Weil er gottesfürchtig gewesen ist, weil er ein Prophetenschüler gewesen ist. Aber das hat den Feind nicht verhindert, sein Leben zu nehmen. Amen. Da war kein Hindernis, sein Leben zu nehmen, weil da war ein offenes Tür. Da waren Schulden, die nicht geglichen wurden. Amen. Der Feind hat zwar sein Leben genommen, aber das hat dem Feind nicht gereicht. Der Feind wollte auch noch die zwei Kinder nehmen. Versteht eins. Wieso die zwei Kinder? Wieso kommt der Schuld her und will sich die Kinder nehmen, nicht die Frau? Weil das Blut, was in den Propheten geflossen ist, das ist genau das Blut, was auch in den Kindern fließt. Die Frau hat ja nicht denselben Blut mit dem Mann. Und der Feind folgt ja das Blut. Amen. Darum sehen viele Menschen etwas, was vielleicht dein Mann hatte, etwas, wovon vielleicht dein Mann gestorben ist. Nach einer Zeit bemerkst du diese selben Symptome auch bei den Kindern. Amen. Wenn der Mann zum Beispiel an Psychose erkrankt gewesen ist, nach einiger Zeit bemerkt man es doch bei den Kindern. Also bei vielen ist es so. Wenn der Mann depressiv gewesen ist, nach einer Zeit bemerkt man es doch bei den Kindern. Weil, wenn Schulden nicht geglichen sind mit dem Feind. Amen. Der Feind folgt das Blut. Amen. Der Feind folgt das Blut. Die Frau, der Schuldherr hat die Frau natürlich rausgelassen, weil das Blut, was er bräuchte, war bei den Kindern gewesen. Und wir sehen, diese Reklamation oder diese Forderung ging weiter an den Kindern. Er hat zwar schon den Mann genommen, aber da waren auch noch die Kinder gefordert. Amen. Ich möchte jemandem die Augen öffnen. Wenn in deiner Familie, wenn dein Vorfahren in der Magiehexerei gewesen sind und er und sich dadurch mit dem Feind verschwindet, geschuldet haben, da gibt es nur eine Möglichkeit für dich. Du, der du in so eine Familie aufgewachsen oder in so eine Familie stammst. Deine, ich sag mal, die Lösung ist eins. Die Bibel sagt, diese Frau, sie schrie. Die Bibel sagt, ja genau, die Bibel sagt, und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa. Also diese Frau hat zu den Propheten geschrien, zu den Mannen Gottes geschrien. Also uns, zu wen schreien wir? Der Herr hat auch heute seinen Diener gesendet, zu dem wir schreien können, weil die Lösung Gottes befindet sich natürlich in seinen Dienern. Amen. Diener Gottes haben die Lösung Gottes, die wissen, was jemand machen muss, um aus diesen geistlichen Schulden rauszukommen. Amen. Wir sehen hier, durch Elisa hat diese Frau die Lösung bekommen. Amen. Heutzutage gibt es auch viele Menschen, die bezahlen Schulden, was sie nicht mal gemacht haben. Amen. Die bezahlen Schulden, wo sie nicht mal verschuldet gewesen sind. Und das ist sehr traurig, zu sehen, dass viele heute leiden, wovon sie nicht mal, also die haben nicht mal gemacht, aber die leiden darunter. Amen. Die haben nicht mal damit zu tun, aber die zahlen es heute. Und das ist sehr traurig. Und wenn es gibt nur einen Zuflucht, es ist Jesus Christus. Amen. Nur durch Jesus können wir geholfen werden, weil Jesus ist der Retter. Amen. Die Rettung ist in keinem anderen Weg, außer in Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Ich danke dem Herrn. Danke. Ich lese meine Bibelstelle. Danke. Dank, heiliger Geist. Gott ist gut. Wir stellen Jesus Christus vor, weil Lösung ist Jesus. Wer Jesus hat, er hat die Lösung. Amen. Wer Jesus hat, er hat die wahre Lösung. Ich bin im Hesekiel, Kapitel 18, Vers 2. Die Bibel sagt, was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Amen. Die Eltern haben den sauren Trauben gegessen, aber die Kinder bekommen die stumpfe Zähne. Also da, wo sich die Eltern verschuldet haben, da, wo sich die Vorfragen, sei es deine Großeltern, da, wo die sich geistlich verschuldet haben, heutzutage zahlen es die Kinder. Und das, was traurig ist, weil die Kinder nicht Jesus kennen, weil die Kinder nicht den Propheten kennen. Amen. Jesus Christus, er ist die Lösung. Amen. Weil Jesus hat die Schulden am Kreuz für uns bezahlt. Amen. Die viele leiden heute, weil in deren Vorfahren, die hatten ein super Leben gehabt, die haben Bündnisse mit dem Feind unterzeichnet, die haben ein gutes Leben gehabt, waren reich gewesen, hatten alles, was sie brauchen, aber als sie Bündnisse, also als sie Verträge mit dem Feind unterzeichnet haben, viele haben noch dadurch die nächste Generation bei dem Feind verkauft. Amen. Es gibt viele Menschen, die leben heute, aber die sind schon bei dem Feind verkauft. Die wurden schon verkauft, bevor sie selbst geboren wurden, weil deren Vorfahren, die haben Bündnisse mit dem Feind unterzeichnet. Amen. Und solche Bündnisse müssen gebrochen werden, damit der oder diejenige zur Freiheit kommt. Amen. Reklamationen, Forderungen, Leben, die vom Feind gefordert sind. Gott ist gut. Ich wollte noch eine Geschichte lesen, damit wir wirklich verstehen, was Reklamationen sind. Mein größtes Gebet ist, dass der Herr dir wirklich die Augen öffnet. Mein größtes Gebet ist, dass du wirklich verstehst, was der Herr, wo der Herr dich erwartet, was der Herr mit dir vorhat. Gott hat nur Gutes mit uns vor. Gott will dir Frieden geben. Die Bibel sagt, Gott gibt uns den Frieden, was uns die Welt niemals geben kann. Amen. Und die Zeit ist da, dass wirklich deine geistliche Schulden ein Ende finden im Namen Jesus Christus. Die Zeit ist da, dass du zur Ruhe kommst. Amen. Der Herr schenkt dir Ruhe. Denn die Bibel sagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das heißt, da ist noch eine Freiheit für mich und für dich vorhanden. Und das finden wir nur in Jesus Christus. So wie diese Frau sich an den Propheten gewendet hat, wende dich an Jesus Christus. Komm zu Jesus und du wirst nicht enttäuscht werden. Jesus wird dich nicht enttäuschen. Im Gegenteil, Jesus wird dir Frieden schenken. Ich bin im Buch vom Ruth. Ich bin im Buch vom Ruth. Das ist hinter Hiob, wenn ich mich nicht ehre. Danke, Jesus. Ich bin im Buch vom Ruth. Da sehen wir auch eine ganz, eine besondere Geschichte. Verstehen wir auch etwas, was uns der Herr da lehren will. Was sich im Buch vom Ruth abspielt. Dank Jesus Christus. Ja, es ist gut. Gut kommt nach Richter. Gott ist gut. Ruth kommt nach Richter. Dank Jesus Christus. Buch vom Ruth. Amen. Ich bin im Ruth. Ich beginne ab Kapitel 1. Was sagt uns die Bibel? Amen. Ich lese mal. Hör mir zu. Und schreib dir am besten die Bibeltexte auf. Das könnte dir auch weiterhelfen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand ein Hungersnot. Amen. Merkt ihr? Da entstand ein Hungersnot. Die Bibel sagt im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seine beide Söhne. Und der Name dieses Mannes war Eli Melech und der Name seiner Frau Naemi oder Noemi oder Naomi. Seine beide Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Judah und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Eli Melech aber Nemis Mann starb und sie blieb alleine übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der eine war Opa und der Name der andere Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion. So, dass die Frau ohne ihre beide Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Amen. Ich bin hier, um über diese Familie zu sprechen. Die Bibel stellt uns hier eine Familie, die in Bethlehem gelebt hatte. Und zwar der Eli Melech, der Mann von Noemi. Die Bibel sagt, die haben in Bethlehem gelebt. Und in Bethlehem kam, nach einer Zeit kam ein Hungersnot. Und als diese Hungersnot gekommen ist, hat Eli Melech sich entschieden, seine Frau und seine Kinder, dass sie Bethlehem verlassen und nach Moab ziehen. Amen. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Amen. Und Bethlehem war ja ein Land der Verheißung. Weil der König, der Messias, sollte in Bethlehem geboren werden. Amen. Also da lag eine Verheißung. Also es war ein Land, was beschützt gewesen ist. Es war ein Land, was bedeckt gewesen ist. Es war ein Land, wo wirklich die Verheißung, also wo das Reich Gottes gewesen ist. Amen. Weil das Land, was eine Verheißung trug, war schon im Geiste vorbereitet. Amen. In der Zeit, wo Eli Melech und seine Frau und seine Kinder dort lebten, hatten sie Ruhe. Amen. Weil sie hatten im Licht gelebt. Amen. Da war das Licht. Aber was ist passiert? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dann sind sie nach Moab gezogen, wegen diesem Hungersnot. Und Moab ist ja eine Stadt. Wir kennen ja die Moabiter, die kommen ja, also es war ja ein Verkehr zwischen Lot und seiner Tochter. Die Bibel sagt, die Töchter von Lot, die haben Lot so trunken gemacht und haben dann so mit ihrem Vater Geschlechtsverkehr gehabt, dass die Tochter dann schwanger geworden ist. So entstand ein Kind, also ein Inzestkind. Amen. Also dieses Land war ein verfluchtes Land. Amen. Jemand, der Bethlehem verlässt, es ist jemand, der das Licht verlässt und ins Dunkelheit geht. Amen. Das sind auch diese Fehler, was viele Menschen machen. Viele sind in Jesus Christus und haben in Jesus Frieden gefunden. In der Zeit, wo man in Jesus ist, hat man Schutz, hat man Frieden, hat man Freude, man hat alles. Amen. Man ist bedeckt durch das Blut Jesus. Und sobald man auf falsche Gedanken kommt, Jesus zu verlassen und in die Dunkelheit zu gehen, sei es in die Magie, sei es in der Zauberei, sei es in Buddhismus, sei es in Hinduismus, sei es einfach in den falschen, in den kompletten, verkehrten Weg. Sobald man das Licht verlässt, um in die Dunkelheit zu gehen, bist du in den Hand des Feindes. Amen. Und wenn wir uns dieses Leben von Elimelech betrachten, da sehen wir, in seinem Leben waren auch Forderungen gewesen. Amen. Es war ein Leben, was gefordert gewesen ist vom Feind. Aber in der Zeit, als er in Bethlehem gewesen ist, konnte der Feind ihm nichts antun, denn er war unter dem Schutz Gottes. Amen. Denn Bethlehem ist Haus des Brotes und wir wissen ja, Jesus ist das Brot des Lebens. Also er war im Haus Jesu Christus gewesen. Amen. Er war im Gegenwart Gottes. Da konnte ihm der Feind nichts antun. Amen. Aber sobald er sich entschieden hatte, das Licht zu verlassen und in die Dunkelheit zu gehen, sobald er sich entschieden hatte, den Herrn zu verlassen und dem Feind nachzufolgen, was ist passiert, da wurde diese Forderung, wurde sofort aktiv und der Feind hat sein Leben genommen. Amen. Und was merken wir? Der Feind hat das Leben von Elimelech genommen. Aber was ist mit den Kindern? Äh, was ist mit Naomi? Naomi ist nichts passiert. Die Bibel sagt, die Kinder haben sogar geheiratet. Beide Söhne haben geheiratet. Aber zehn Jahre später sind auch beide Söhne gestorben. Amen. Und diese Forderung war so groß, dass diese Kinder nicht mal mit ihren Frauen Kinder gehabt hatten. Also der Feind hat die so blockiert, dass sie sogar unfruchtbar gewesen sind. Die waren zeugungsunfähig. Amen. So stark hat der Feind deren Leben gefordert und nicht nur das. Danach hat der Feind auch ihren Leben genommen. Weil das Blut, was in Elimelech geflossen ist, das ist dasselbe Blut, was auch in den Kindern geflossen ist. Amen. Das Blut, was in Elimelech geflossen ist, das ist dasselbe Blut, was auch in den Kindern geflossen ist. Darum, er hat erstmal Elimelech genommen und dann hat er die zwei Kinder auch weggenommen. Der Feind sucht nach dem Blut. Amen. Das ist darum, gib dein Blut wirklich an Jesus Christus. Lass dein Blut reinigen. Darum selbst, die Reinigung des Blutes ist sehr wichtig. Auch wenn du in Christus bist. Es gibt viele, die predigen und sagen, ja, wenn man sein Leben an Christus gegeben ist, dann ist alles vorbei. Dann sind keine Forderungen, man ist nicht mehr gefordert. Und genau das ist falsch. Amen. Sein Leben an Jesus zu geben ist was anderes. Aber Befreiung, Blutreinigung, das alles, das ist was anderes. Amen. Man gibt sein Leben in Jesus. Jesus, ja, man ist zwar vom Tod ins Leben gekommen, aber man ist noch nicht befreit. Amen. Du bist noch nicht von deinem altes Blut getrennt. Darum, Jesus Christus nachzufolgen, ist wirklich, es ist das Beste, was man machen kann. Man ist im Licht, aber man muss verstehen, wie man die Schritte gehen muss. Amen. Das Blut eines Christus muss immer gereinigt werden. Reinige jederzeit dein Blut. Trenne dich wirklich von das alte Blut, wenn Forderungen gewesen sind. Du musst wirklich beten und sagen, dass durch das Blut Jesus diese Forderungen geglichen wurden. Amen. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich lese mal kurz in Kolossa. Danke, Herr Schaumaschia. Ziel ist eins, dass wir wirklich verstehen, worum es geht. Wir lieben Jesus Christus. Wir lieben Jesus Christus. Jesus ist unser Alles. Kolossa Kapitel 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. Amen. Diese Bibelstelle hat Kraft. Amen. Diese Bibelstelle hat Kraft, selbst um Schulden, um geistliche Schulden zu brechen, um Forderungen zu brechen. Amen. Darum, ein Christ, wenn du betest, trenne dich wirklich von das alte Blut. Trenne dich von den Schulden. Du musst den Feind vorstellen, dass das Blut Jesu Christus dich erkauft hatte. Du bist durch das Blut Jesu Christus erkauft. Amen. Und eins solltest du wissen, solange dieses Blut in dir fließt, die Forderungen werden immer da sein. Darum ist jederzeit, wenn du betest, wenn der Heilige Geist dich darauf aufmerksam macht, reinige dein Blut. Trenne dich von allen Bündnissen, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Darum, selbst das Kampfgebet im christlichen Leben spielt eine sehr große Rolle. Amen. Darum auch bei der Befreiung, wirklich, wenn für die Befreiung gebetet wird, man muss von sein altes Blut getrennt werden. Amen. Blutreinigung spielt wirklich eine sehr große Rolle. Wirklich von der Blutlinie zu trennen, spielt eine sehr große Rolle. Amen. Das sind die kleinen Punkte, die oft bei der Befreiung vernachlässigt werden. Und früher, also ich sag mal, viele denken immer, wenn für jemand einmal gebetet wird, für seine Befreiung, und derjenige ist zum Beispiel nach hinten umgekippt oder so, derjenige ist im Trance gefallen. Viele denken, ja, das war's, er ist befreit. Amen. Das ist ein Fehler. Die Befreiung ist nicht mal das, was wir manchmal sehen, wenn für jemand einmal gebetet wurde. Nein. Die Befreiung ist wirklich ein Prozess. Und die Befreiung geht wirklich Schritt für Schritt. Amen. Wir sehen hier, jemand, der ein Prophetenschüler gewesen ist, aber der Feind hat nach seinem Leben getrennt. Das heißt, du kannst in Jesus Christus sein, aber wenn du von der Vergangenheit nicht richtig getrennt wurdest, der Feind kann immer dein Leben fordern. Forderungen können immer da sein. Und wenn es dich nicht erwischt, es können auch deine Kinder erwischen. Es gibt manche Menschen, bei denen war alles okay, aber bei deren Kinder wiederholt sich das, was in der Vergangenheit gewesen ist. Das, was vielleicht der Großvater erlebt hatte, das erleben dann die Enkelkinder. Amen. So ist der Feind. Manche denken, der Feind hat sich in Ruhe gelassen. Nein, wir haben nichts, aber aufpassen, der Feind weiß, was er tut. Amen. Der Feind ist schon schlau. Darum, unser Zufluchtort ist eins, es ist Jesus Christus. Ich bin hier, um dir eigentlich zu sagen, Jesus macht frei, Jesus trennt dich von deiner Blutlinie, Jesus befreit dich komplett, die Blutlinie muss getrennt werden. Amen. Eine komplette Trennung von der Blutlinie, der väterlichen Seite, der mütterlichen Seite, da muss eine Trennung geschehen. Es gibt selbst Dämonen, die sich im Blut aufhalten. Amen. Die Befreiung ist wirklich etwas Tiefes. Die Befreiung ist nicht nur etwas Oberflächliches, dass man nur ein ganz kurzes Gebet ausspricht und sagt, ja, am Kreuz. Nein. Die Befreiung ist wirklich etwas sehr Tiefes. Die Befreiung kann wirklich Zeit nehmen, kann Tage nehmen, kann wirklich Monate nehmen, bis jemand wirklich eine komplette Befreiung erlebt. Aber es ist möglich im Namen Jesus Christus. Amen. Gott ist gut. Überforderungen habe ich gesprochen. Und ich werde noch so gut der Herbe, werde ich noch ein Video posten über Forderung. Denn der Herz ist mir im Herzen getan, die Kinder Gottes einfach die Augen zu öffnen, damit wir verstehen, worum es hier geht, was wirklich Reklamationen sind. Weshalb viele vom Feind angegriffen werden. Menschen, die unschuldig sind, Menschen, die nichts getan haben. Aber der Feind greift sich einfach an. Du fragst dich, wieso werde ich angegriffen? Wieso erlebe ich das? Wieso klappt das nicht? Wieso habe ich hier ein Problem? Ja, weil Reklamationen da sind. Und solange diese Reklamationen, solange diese Forderungen, diese Schulden nicht bezahlt wurden, hat der Feind noch einen Anspruch auf dich. Amen. Und ich wollte diese Reklamationen, ich habe mal geguckt, was das heißt, oder Forderung, also Reklamationen heißt, man reklamiert oder fordert nur seine Rechte. Also das heißt, irgendwo hat der Feind noch ein Recht im Leben eines Menschen. Und das ist das, was er fordert. Amen. Eine ganz kurze Geschichte, was ich erzählen kann. Ein Gottesdiener war verheiratet mit einer Frau, mit seiner ersten Frau. Und bevor er, mit dieser ersten Frau hat es nicht geklappt. Die hatten sich getrennt, aber diese Frau hatte ihn verflucht. Und diese Frau meinte zu ihm, jede Frau, die du heiraten willst, die werden immer sterben. Und er hat es vernachlässigt, weil er dachte, er ist ein Gottesdiener, das wird ihm nicht antun. Aber was ist passiert? Nach die Hochzeit danach, die Frau ist an Krebs gestorben. Dann hat er nochmal geheiratet, ist das gleich wieder passiert. Und beim dritten Mal, da hat Gott einen anderen Gottesdiener, diesen Geschichte offenbart. Und der Gottesdiener hat sich an ihn gewendet. Und als man ihn darauf angesprochen hatte, da hat er sich an die Worte erinnert, von der Frau, die er zuerst hatte. Und die Frau, die war eine Hexe gewesen. Und dieses Wort ist das, was die Frau ausgesprochen hatte, wurde wirklich aktiv, weil da auch ein offenes Tür gewesen ist. Amen. Also der Feind fordert nur da, wo er seine Rechte hat. Amen. Darum ist es gut, dass der Herr dir auch wirklich offenbart, wo noch Schulden in deinem Leben sind. oder wo noch Schulden sind, was vielleicht deine Vorfahren, wo sich deine Vorfahren verschuldet hatten. Darum ist es auch immer sehr wichtig zu wissen, wie deine Vorfahren gelebt hatten. Amen. Gott ist gut. Gott segne euch. Ich bete kurz für dich. Jesus, ich danke jedem, der sich diese Botschaft anschaut. Ich denke jedem, mein größtes Gebet ist, dass du deine Kinder die Augen öffnest, damit die wirklich verstehen, was du ihnen sagen willst. Herr, dass die Ketten fallen. Herr, dass die Augen wirklich geöffnet werden im Namen Jesus Christus. Alles, was Schuppen in den Augen sind, sollen fallen, damit deine Kinder wirklich die Wahrheit verstehen. Denn du bist der Weg, die Weite und das Leben. Und nur in dir werden wir die Freiheit erleben. Im Namen Jesus Christus. Amen. Gottes Segen. Ihr könnt uns kontaktieren und wir werden beten. Bis dann. Amen.